Hey, wir sind hier im Norden von Cairns. Wir sind hier unterwegs mit Aussie Drift at Wrenches. Wir machen heute River Tubing. Wir sitzen in diesem Ring und fahren den Fluss runter. Es fängt schon gut an. Wir haben jetzt die Hälfte in uns. MJ war auch schon im Wasser. Es macht einen riesen Spaß hier. Schaut euch die Strömung an. Einfach super. Wir sind hier jetzt gerade am Ende von unserer River Tubing Tour. Es war ein mega cooler Fluss, der war einfach kühl, aber glasklar. Man kann das Wasser trinken. Und der Fluss, die Aussicht ist einfach nur sensationell. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Wir hatten einen kleinen Snack zwischendurch. Im Sommer kommen hier auch viele Einheimische her. Weil man nur schwer im Meer baden kann wegen Qualen und dem ganzen Kram. Und hier ist es einfach sicher und schön kühl und es hat ein paar wunderschöne Spots. Ja, das Ganze ist nur eine halbe Stunde von Cairns entfernt. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Man kann einfach kurz hierher fahren und ist gleich in einer ganz anderen Landschaft mit vielen Bergen. Und dann einfach super hier. Einfach super hier. Musik 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 Musik